Leute, nach kürzester Zeit, seit meinem gestrigen Stream, ist es auch schon wieder an der Zeit für ein weiteres YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Denn Leute, Bitcoin befindet sich genau an dem wichtigen Widerstand, von dem wir auch gestern im Livestream geredet haben. Was das jetzt für den Bitcoin-Kurs bedeutet und wo ich glaube, dass der Bitcoin in den nächsten Stunden und auch in den nächsten Tagen hingehen wird, das erfahrt ihr natürlich heute im Video. Das heißt, falls euch das jetzt interessiert, bleibt auf jeden Fall mal dran. Eine kleine Sache vorweg, Leute. Mir ist einfach wieder aufgefallen, es sind viele Scammer wieder in den Kommentaren unterwegs. Wie ihr hier sehen könnt, Leute, hier erstellen sich Leute Fake-YouTube-Kanäle, machen dasselbe Profilbild von mir rein. Wenn wir hier einfach mal auf diesen YouTube-Kanal ganz kurz gehen, dann sehen wir relativ schnell, hier gibt es keine Videos und keine Inhalte. Das ist ein Fake-YouTube-Kanal und ich persönlich kann fast nichts dagegen tun, außer diese Kanäle, immer wenn ich sie sehe, zu blockieren. Aber diese Leute erstellen sich immer wieder Fake-YouTube-Kanäle, um euch hier mit WhatsApp-Messages oder irgendwelchen Sachen abzuziehen. Das heißt, Leute, ich werde euch niemals auf Telegram, auf Instagram oder irgendwo anders anschreiben. Das passiert niemals. Ihr könnt mich natürlich anschreiben, ich werde euch auch antworten zum Teil manchmal, aber ich werde euch niemals nach Geld, eurer WhatsApp-Nummer oder ähnlichem fragen. Niemals. Das wird niemals passieren. Bitte merkt euch das und meldet diese Kommentare, wenn ihr sie seht. Ich kann nichts dagegen machen. Ich wollte euch hier am Anfang des Videos nur einmal ganz kurz davor warnen. Denn wie wir hier auch schon sehen können, diese Person, was ist das für eine Antwort? Kannst du auch normal kommunizieren? Naja, diese Person ist direkt davon ausgegangen, dass ich das war und wurde jetzt vielleicht schon gescammt. Deshalb, Leute, passt hier bitte auf. Diese Kommentare bin nicht ich. Das hier sind alles Fake-Kommentare, die nicht von mir kommen. Jetzt genug davon, genug von der Warnung. Also wie gesagt, Leute, das Einzige, was ihr von mir findet, das Einzige, was ihr von mir hier an der Stelle findet, ist natürlich in der Videobeschreibung, Leute. Hier findet ihr zum Beispiel meine Telegram-Gruppe. Das hier ist die Telegram-Gruppe. Aber wie ihr hier auch schon sehen könnt, in diese Telegram-Gruppe kann nur ich reinschreiben. Und natürlich könnt ihr meinen Telegram-Namen, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber dort ist es immer ein bisschen schwierig. Da werde ich euch fast nie antworten können, weil ich einfach hunderte Nachrichten am Tag bekomme, was das Ganze einfach fast komplett unmöglich macht. Eine kleine Sache, Leute, die ich zum Anfang noch kurz erwähnen wollte. Ich wollte euch einmal, bevor wir uns jetzt den Bitkom-Kurs etwas genauer anschauen, wollte ich euch einmal über die Position aus meinem gestrigen Stream updaten. Denn, Leute, wie ihr wisst, Leute, ich war ja gestern live und habe euch ja bei genau 31.800 Dollar gesagt, dass ich eine Long-Position mit einem 12er Hebel eröffnet habe. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, habe ich diese Long-Position mit einem 12er Hebel eröffnet. Zwar nicht live im Stream, aber die war dann zu dem Zeitpunkt bereits offen. Und ich habe euch ja gesagt, dass ihr das auch machen könnt mit einem 10er Hebel, mit einem Teil der Profite, die wir natürlich jetzt hier durch dieses ganze Run-Up in den letzten Monaten erwirtschaftet haben. Habe ich gesagt, ich riskiere jetzt einen Teil meiner Profite. Wenn ihr euch diesen Stream einfach nochmal anschauen wollt und die Begründung wissen wollt, warum ich Long gegangen bin, schaut es euch einfach nochmal an. Aber an alle Leute, die jetzt das mir gleich getan haben und dort unten auch mit einem 10er Hebel Long gegangen sind, ihr müsstet jetzt natürlich mittlerweile mit einem 10er Hebel schon über 100% im Gewinn sein. Und ich habe ja auch gestern noch in der Telegram-Gruppe gesagt, dass ich jetzt hier ein bisschen Profite nehmen werde. Was ich jetzt gemacht habe, Leute, ist diese Position erneut hoch zu skalieren. Ich habe diese Position erneut hoch skaliert auf über 200.000 Dollar, weshalb sich mein durchschnittlicher Entry-Price jetzt richtig schön nach oben hoch verschoben hat. Denn, Leute, ich werde es euch gleich erklären, warum ich das gemacht habe. Ich wollte euch nur ganz kurz darüber updaten. Die Position ist immer noch offen. Ich habe alles so gemacht, wie ich es euch gestern in der Telegram-Gruppe angekündigt habe. Das heißt, wie gesagt, für alle Leute, kommt in die Telegram-Gruppe. Das sind wirklich wichtige Zusatzinformationen zu meinen Videos. Und ohne die Telegram-Gruppe werden manche Sachen, die ich meinen Videos sage, vielleicht zum Teil gar keinen Sinn machen. Deshalb, ich kann euch wirklich nur sagen, kommt in diese Telegram-Gruppe. Ladet euch die Telegram-App runter. Ich meine, die Telegram-Gruppe ist ja komplett kostenlos. Es kostet euch ja nichts und ihr habt einfach nur richtig viel Zusatzinfos. Und wenn ihr euch dann für dieses ganze Trading-Thema hier interessiert und euch dafür interessiert, wie ihr meine ganzen Informationen aus meinen Videos und aus der Telegram-Gruppe in die Realität umsetzen könnt. Und dann zum Beispiel auch, ich meine, das hier. Leute, das hier ist eine meiner kleinsten Positionen, die ich jemals gemacht habe. Das ist eine meiner kleinsten Positionen, weil ich eben sehr zwiegespalten war, wie ihr gestern im Stream wusstet. Und trotzdem ist diese Position jetzt nach einem Tag mit über 12.000 Dollar im Gewinn. Und wir haben ja gestern auch nochmal über die Hälfte von Profit von dieser Position runtergenommen. Das heißt, diese Position ist jetzt bereits mit ungefähr 0,55 Bitcoin im Gewinn nach nur einem Tag. Und das ist die kleinste Position, die ich jemals eröffnet habe. Ich denke, sehr viele von euch werden vielleicht sogar mit solch einer Positionsgröße handeln. Das heißt, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Registriert euch bei Bybit, registriert euch bei Duodex. Das sind meine Lieblings-Exchanges, die ihr findet. Und damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Und ihr kriegt 1.000 Dollar kostenlos mit meinen Affiliate-Links. Wenn ihr euch mit meinen Affiliate-Links registriert, kriegt ihr bis zu 1.000 Dollar komplett kostenlos für eure ersten Trades. Könnt das Ganze einfach mal ausprobieren und eben die Informationen aus meinen Videos einfach mal kostenlos in die Realität umsetzen. Und wenn ihr dann damit direkt gute Gewinne macht, könnt ihr diese Gewinne natürlich auch perfekt auszahlen. Hätte man sich das ganze Bonus-Guthaben gestern geholt, hätte, als ich das im Stream gesagt habe, hätte man da eine 10x-Long-Position eröffnet, wäre das eine 10.000 Dollar-Position gewesen. Und man wäre jetzt bereits mit über 1.000 Dollar im Gewinn, den ihr auszahlen könntet. Das heißt, allein gestern hättet ihr euch anhand von meinem Livestream, wenn ihr da direkt vom Anfang dabei gewesen wärt, einfach mal 1.000 Dollar komplett kostenlos für eure eigene Tasche abholen können, für ein etwas größeres HODL-Portfolio oder dann eben für weitere Trades. Naja, Leute, ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt den Bitcoin-Kurs etwas genauer an. Hier haben wir gesagt, dass wir jetzt hier gerade so ein bisschen bouncen. Genau dasselbe natürlich hier auch auf dem großen Timeframe. Wir haben uns ja hier dieses große Symmetrical Triangle angeschaut, Leute, was natürlich hier auf dem Daily Chart existiert. Hier das große Symmetrical Triangle auf dem Daily Chart, das haben wir uns ja gestern etwas genauer im Stream angeschaut. Und ich habe euch ja ganz genau meine Meinung zu diesem Symmetrical Triangle gesagt und ich habe euch ja auch ganz genau gesagt, wie ich dieses Symmetrical Triangle hier traden werde. Jetzt gibt es natürlich ein Szenario, was wir nicht außer Acht lassen sollten. Und zwar, und darauf bin ich gestern im Video noch nicht allzu stark, im Stream noch nicht allzu stark drauf zu sprechen kommen, weil ich das erst machen wollte, wenn es soweit ist. Und zwar, Leute, testen wir natürlich jetzt hier diesen extrem starken Widerstand an. Das ist einmal horizontaler Widerstand und das ist einmal natürlich der Widerstand von unserem großen Rising Broadening Wedge. Was jetzt hier natürlich bis jetzt passiert ist, ist, dass die Bullen ganz klar gesehen haben oder dass die Bullen ganz klar sehen mussten, dass sie noch nicht stark genug sind und die Bären hier doch noch relativ stark abverkaufen und wir es somit noch nicht geschafft haben, hier wieder über diesen Support drüber zu kommen, über diesen ehemaligen, der sich jetzt natürlich zu Resistance verwandelt hat, nachdem wir jetzt drunter gefallen sind. Ich gebe jetzt Bitcoin zwei Chancen, Leute. Punkt 1, wir sehen mit der nächsten Stundenkerze. Ich werde dieses Video auch so schnell wie möglich hochladen, denn die Stunde, das ist ja hier vier Stunden, Moment, ein Stunde, genau, hier, so. Mit einem der nächsten Stundenkerzen, also mit dieser Stunde oder mit der nächsten Stundenkerze. Ihr seht schon, die Stunde hat gerade erst begonnen, das heißt, ich lade das Video gleich perfekt hoch. Mit dieser Stundenkerze oder mit der nächsten Stundenkerze gebe ich Bitcoin einmal die Chance, jetzt bereits hier durch diesen Widerstand durchzubrechen. Warum das Ganze? Einfach aus dem Grund, weil ich hatte es euch hier auch gerade gezeigt, auf dem Vier-Stunden-Chart sehen wir auch schon relativ schnell, in genau zwei Stunden, das heißt, mit diesen nächsten zwei Stundenkerzen wird auch hier diese Vier-Stundenkerze schließen. Und wenn diese Vier-Stundenkerze so schließt, Leute, wie sie jetzt gerade ist, dann ist es auf jeden Fall eher ein bearishes Zeichen. Das heißt, wir müssen es mit der nächsten Stundenkerze auf jeden Fall an sich schaffen oder mit der nächsten oder mit der übernächsten Stundenkerze wollen wir eigentlich sehen, dass Bitcoin über 37.000 Dollar kommt. Das ist das Preislevel eigentlich, was ihr ziemlich genau im Auge behalten könnt. Wir wollen sehen, dass Bitcoin mit den nächsten zwei Stundenkerzen über 37.000 Dollar kommt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr bullisches Zeichen und würde zeigen, dass die Bullen hier gerade noch extrem viel Power haben. Und dann haben wir hier auch ganz klar das Potenzial, wirklich ganz klar das Potenzial, in kürzester Zeit ein neues All-Time-High von 50.000 Dollar zu sehen, wie wir hier sehen können. Das heißt, Leute, als allererstes mal will ich euch, ich will euch natürlich darüber updaten in der Telegram-Gruppe, wenn es passiert, aber ich will euch jetzt schon mal bald sagen, Leute, behaltet die nächsten zwei Stunden den Bitcoin-Kurs einfach immer mal wieder ein bisschen im Auge und schaut, ob der Bitcoin-Kurs es in den nächsten zwei Stunden schafft, über die 37.000 Dollar zu kommen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr bullisches Szenario und ich gehe dann stark davon aus, dass wir es schaffen könnten, in kürzester Zeit ein neues All-Time-High zu sehen, solange wir natürlich nicht hier an der Stelle dann rejected werden. Das heißt, bei 40.300 Dollar, hier wird der nächste stärkere Widerstand dann für Bitcoin reinkommen. Das heißt, selbst wenn wir hier es jetzt schaffen, mit den nächsten zwei Stunden Kerzen drüber zu kommen, dann muss man natürlich ganz klar sagen, kann es sehr gut sein, dass wir dann relativ schnell von hier unserem Widerstand, von diesem großen Symmetrical Triangle hier dann gestoppt werden und dann halt erstmal hier nochmal runter korrigieren und so weiter und so fort. Aber darüber werde ich euch dann direkt updaten. Das ist ja ganz klar, Leute. Ich werde euch direkt updaten, sollte irgend sowas in der Art passieren. Wenn sowas passiert, gibt es eine Nachricht in der Telegram-Gruppe, vielleicht mache ich einen Livestream. Deshalb, Leute, abonniert diesen Kanal, aktiviert die kleine Glocke, nehmt den Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Schreibt mir natürlich gerne einen Kommentar, teilt dieses Video, hypt den YouTube-Algorithmus ein bisschen, damit so viele Leute wie möglich dieses Video sehen. Denn, wie gesagt, es sind jetzt nur noch zwei Stunden Zeit. Wenn ich das Video hochlade, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir gerade mal noch eine Viertelstunde oder sowas von dieser Stunde fertig haben. Das heißt, an dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, wird sich eigentlich ziemlich genau in der nächsten Stunde entscheiden, wo der Bitcoin-Kurs jetzt hingehen wird. Was ist das Szenario, wenn wir es jetzt nicht schaffen, mit den nächsten zwei Stunden Kerzen hier drüber zu kommen? Dann wird es natürlich für Bitcoin deutlich schwieriger. Das zeigt dann auf jeden Fall, dass die Bären jetzt gerade hier bei diesem Preislevel noch Marktkontrolle haben. Wenn sich das natürlich ändert, update ich euch in der Telegram-Gruppe. Aber das würde uns zumindest erstmal zeigen, dass die Bären gerade noch Marktkontrolle hier bei diesem Preislevel haben. Und dann gehe ich zumindest mal davon aus, dass wir definitiv mal eine Korrektur hier runter so auf 34.500 Dollar sehen werden. Vielleicht das Ganze sogar noch ein bisschen schneller. Also auf jeden Fall hier zurück auf diese Support-Linie. Wir werden dann auf jeden Fall mindestens nochmal hier diese Support-Linie antesten. Dann kann es natürlich hier sein, dass wir hier ein schönes Inverse Head-and-Shoulders-Pattern formen, wie ihr auch schon sehen könnt. Das heißt, so oder so haben die Bullen im Laufe vom heutigen Tag viele, viele, viele Chancen. Viele, viele Chancen haben die Bullen im Laufe des heutigen Tages, hier diesen Widerstand nach oben hin zu durchbrechen. Weshalb ich dann ja auch hier meine Long-Position erneut hochskaliert habe. Weil heute eben einfach, und ihr seht es auch schon, ich habe die Long-Position genau bis zu dem Punkt hochskaliert, wo wir theoretisch hier runterfalten können. Ja, hier seht es auch schon, 39.900, dass ich da dann im Zweifelsfall im Profit meine Position verkleinern kann und mich darauf vorbereiten kann, dass wir dann doch eben nochmal hier auf dem Daily Chart den starken Support bei ungefähr 30.000 Dollar antesten. Aber da, ich habe es euch gestern im Stream gesagt, da wir uns in einem anderen Bullenmarkt befinden, wo es eben keine Garantie für 30, 40% Korrekturen gibt, sondern es sein kann, dass wir diesen Bullenmarkt tatsächlich nur 20, 30% Korrekturen sehen. Wie gesagt, schaut euch den Stream einfach nochmal an. Ich weiß, er geht eine Stunde, aber ich habe hier, glaube ich, sehr, sehr viele wichtige Informationen euch mit auf den Weg gegeben. Ich meine, man sieht es am, hier, schaut euch das mal an, Leute, 3.700 Daumen nach oben. Also der Stream kam wirklich richtig, richtig gut an. Da habe ich über dieses ganze Szenario etwas langfristiger geredet. Ich wollte euch jetzt hier in diesem Video einfach nur kurzfristig darüber updaten, was wollen wir im Laufe vor allen Dingen des heutigen Tages sehen. Das ist ja immer das, was ich mit meinen Videos mache. Ich gebe euch ein Update für den heutigen Tag, damit ihr einfach wisst, was ihr jetzt im Auge behalten müsst, um zu wissen, ob wir das Potenzial haben, bei Bitcoin noch deutlich weiter hoch zu gehen oder ob wir jetzt, wie gesagt, dann erstmal mit einer Korrektur auf mindestens so ungefähr 34.000 Dollar. Ja, und was da dann passiert, das müssen wir uns dann anschauen, ob wir da bouncen oder nicht. Da gibt es dann auch ein Update in der Telegram-Gruppe. Wir haben hier auf jeden Fall ein potenzielles Inverse Head & Shoulders dann. Sollten wir es jetzt nicht in den nächsten zwei Stunden direkt hier durch den Widerstand schaffen, dieses Inverse Head & Shoulders, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hätte tatsächlich ein Breakout-Target hier, boom, von über unserem wichtigen Support. Das heißt, es sind alles gerade Sachen, die vielleicht dafür sorgen könnten, dass wir sogar noch früher wieder den Bull-Trend fortsetzen, als ich gestern in meinem Livestream sogar erwartet habe. Einfach aus dem Grund, weil die Bullen halt hier jetzt so viel Power hatten. Wir haben direkt diesen Widerstand angetestet, aber ich werde das Video jetzt so schnell wie möglich hochladen. Die nächsten zwei Stunden werden auf jeden Fall sehr relevant, bis zum nächsten vier Stunden Close. Da wird sich auf jeden Fall zeigen, ob wir hier direkt durchkommen und dann mindestens mal wieder zurück auf die 40.500 Dollar gehen oder ob wir, wie gesagt, erst nochmal mit mindestens einer kleineren Korrektur auf 40.000 Dollar rechnen müssen. Ich werde euch halt immer up-to-date halten, Leute. Wenn dann ein Support nicht hält, dann werde ich euch sagen, okay, Leute, jetzt müssen wir hier runtergehen und ich habe euch ja schon gestern genau gesagt, wie ich dieses komplette Symmetrical Triangle hier traden werde. Ich habe es euch ja gestern im Livestream wirklich eins zu eins alles erklärt, wie ich das traden werde. Wie gesagt, falls ihr euch für dieses Trading-Thema interessiert, euch dafür interessiert, wie ihr solche Positionen eröffnen könnt, wie ihr mit sehr, sehr wenig Geld theoretisch aus 1.000 Dollar eine 100.000-Dollar-Position eröffnen könnt, das müsst ihr euch halt wirklich überlegen, Leute. Mit diesen 1.000 kostenlosen Dollarn könnt ihr in der Theorie eine 100.000-Dollar-Position eröffnen. Hättet ihr das gestern im Livestream gemacht, müsst ihr euch das mal überlegen. Denn gestern im Livestream sind wir gerade nach oben gegangen. Das hätte ich natürlich niemandem empfohlen. Ich habe ja gesagt, 10er-Hebel. Aber in der Theorie hätte man mit den kostenlosen 1.000 Dollar mit einem 100er-Hebel eine 100.000-Dollar-Position eröffnet, dann wäre man jetzt bereits über 10.000 Dollar im Gewinn mit diesem kostenlosen Geld. Das heißt, Leute, ihr seht schon, was da alles möglich ist. Ihr solltet euch auf jeden Fall damit beschäftigen. Jetzt sehen wir hier gerade schon, dass die Bären anfangen, das hier alles ein bisschen abzuverkaufen. Ich werde jetzt das Video so schnell wie möglich hochladen. Ihr müsst einfach jetzt wissen, was ihr die nächsten zwei Stunden im Auge behalten müsst, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ich lade das Video jetzt hoch. Ich möchte wirklich, dass ihr hier diese wichtigen Preismoofs in den nächsten zwei Stunden nicht verpasst.